Ihr kennt eure Region. Ihr gehört zusammen. Ihr seid hier zuhause. Und wir sind eure Banken. Ihr bringt die Dinge ins Rollen. Ihr wisst, worauf es ankommt. Ihr übernehmt Verantwortung für andere, für euch und die nächste Generation. Und wir machen es genauso. Denn wir sind die Banken mit der genossenschaftlichen Idee. Gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen, morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei.